360 Grad Videos erleben aktuell einen echten Boom und dazu jeder Hersteller bietet 360 Grad Kameras in jeder Preisklasse an. Und dank YouTube und Facebook lassen sich diese Videos auch sehr komfortabel einbinden und auch hochladen. Allerdings finden sich immer noch sehr viele 360 Grad Videos im Internet, die nur mit einer Stereo-Audiospur arbeiten. Was eben bedeutet, dass ich diese Dreidimensionalität im Video visuell erleben kann, aber nicht auditiv. Und aus diesem Grund haben sich Beat und Zoom zusammengetan und zeigen in dieser dreiteiligen Miniserie, was man für dreidimensionale Audiodateien braucht, wie man diese erstellt und wie man dann auch Audio und Video miteinander synchronisiert und das gesamte Ergebnis anschließend auf YouTube hochlädt. Ich bin Kai John Eschwili und wünsche euch sehr viel Spaß bei dieser dreiteiligen Miniserie. Wir sehen jetzt hier ein 360 Grad Video einer Orgelaufnahme auf YouTube, welches vom CT Magazin stammt und auf heise online publiziert wurde. Dieses Video haben sie für ihren sehr empfehlenswerten Artikel Einführungen 3D Audio mit Ambisonics produziert. Und der Clou ist, dass ich über Lautsprecher nur eine gewöhnliche Stereo-Aufnahme habe. Das heißt, wenn ich das jetzt anmache und mich hier ein bisschen dreidimensional bewege, hört ihr einfach keine Veränderung der Audiodatei. Also dieser Raumklang wird nicht übertragen. Also egal, wie ich mich in diesem Video drehe, der Sound bleibt gleich. Aber wenn ihr jetzt mal Kopfhörer aufsetzt, verändert sich der Klang doch in Abhängigkeit zur Position im Video. So, also jetzt Kopfhörer aufsetzen und das Ganze geht von vorne los. Hier habe ich jetzt noch ein anderes 3D Video geladen, wo man vor allem diesen dreidimensionalen Audioeffekt auch nochmal sehr gut nachvollziehen kann. Aufgepasst, wieder über Kopfhörer hören. Ja, und dieses Erlebnis kommt der Realität jetzt schon sehr nah, denn wie in der Wirklichkeit hängt der Klang eben von der Hörerposition dreidimensional ab. Ja, aber wie funktioniert das Ganze? Also, und warum kann ich vor allen Dingen das über Kopfhörer wahrnehmen, diese Dreidimensionalität, aber nicht über Lautsprecher? Die Zauberwörter hierfür lauten Spatial Audio, Ambisonics und Binaurale Tonaufnahme. Ja, Spatial Audio, das bedeutet einfach Raumklang und das ist eine Abgrenzung zum Mono-Signal. Mono heißt ja, dass der Klang nur aus einem Lautsprecher rauskommt und Spatial Audio eben Raumklang. Das Surround-Format 7.1 beispielsweise, was man aus dem Kino kennt, das ist auch Spatial Audio und da kann man ja auch eben erleben, wie jetzt im Actionfilm eine Explosion hinter einem passiert, weil hinter einem auch noch Lautsprecher sind. Und Quadrophonie, das ist zum Beispiel auch Spatial Audio, das sind ja vier Lautsprecher, wo man auch eben versucht, über verdoppeltes Stereo sozusagen einen Raumklang zu erzeugen. Und Spatial Audio, das ist einfach der Überbegriff oder der Oberbegriff. Und in dieser Serie, wenn ich von Spatial Audio rede, beziehe ich mich immer auf 3D-Audio, weil das meiner Meinung nach fassbarer ist. Ja, Ambisonics, das ist ein Ansatz, ein Mikrofon zu entwickeln, welches dreidimensionale Schallereignisse überhaupt aufzeichnen kann. Und aus diesem Ansatz hat sich dann das eigenständige Ambisonics-Format herausgebildet, welches dreidimensionale Richtungsinformationen, also horizontal und vertikal, überhaupt verarbeiten kann. Und gegenüber dem 7.1-Surround-Format, was ich vorhin angesprochen habe, geht Ambisonics einfach eine Ebene weiter und bildet ein komplett dreidimensionales Klangfeld horizontal und vertikal ab. Also was das bedeutet halt, wenn im Film ein Hubschrauber über meinem Kopf hinlang donnert, dann kann ich das mit 7.1-Surround nicht authentisch abbilden, mit Ambisonics allerdings schon, eben horizontal und vertikal. Und aus diesem Grund eignet sich das Ambisonics-Format auch perfekt, um 360-Grad-Videos authentisch zu vertonen. Und das Ambisonics-Format gibt es schon seit den 70er Jahren, allerdings ist das jetzt das populär geworden, weil natürlich 360-Grad-Videos und virtuelle Realität, weil das jetzt erst im Massenmarkt angekommen ist. Okay, das klingt in der Theorie ja noch relativ einfach und übersichtlich, aber da stellt sich einem natürlich die Frage, wie ich denn bitte schön diesen dreidimensionalen Klang überhaupt abhören kann. Ja, die erste Möglichkeit ist, man nutzt einfach ganz spezielle Ambisonics-Lautsprecher, die sich der Otto-Normalverbraucher vermutlich nicht leisten kann. Die andere Möglichkeit ist die, dass man das 3D-Erlebnis über Kopfhörer abhört, so wie ich es euch ja bei diesem Beispiel Orgel-Video ja auch schon vorgeschlagen habe. Und das Zauberwort hierfür lautet Binaurale Tonaufnahme. Ja, was ist das? Eine Binaurale Tonaufnahme, die simuliert den dreidimensionalen Höreindruck und das kann man nur über Kopfhörer wiedergeben und nicht über Lautsprecher. Und ohne jetzt weiter ins Detail abdriften zu möchten, muss man einfach nur wissen, ja, man kann 3D-Sound abhören und zwar über Kopfhörer. Und wenn man jetzt eine Audioaufnahme im Ambisonics-Format vorliegen hat, dann kann man diese eben über eine Dekodierung binaural dann auch über Kopfhörer wahrnehmen. Und diese Dekodierung in diese binaurale Tonaufnahme, das macht YouTube zum Beispiel schon automatisch, wenn ich ein Video hochlade, was eben mit einer Ambisonics-Datei arbeitet. Zusammengefasst heißt das also, um eine 3D-Audioaufnahme zu erzeugen, mit einem 360-Grad-Video zu synchronisieren und anschließend auf YouTube hochzuladen, müssen wir folgende Reihenfolge beachten. Zunächst brauchen wir ein Ambisonics-fähiges Mikrofon. Dann brauchen wir eine Recording-Möglichkeit für das Ambisonics-Format. Anschließend brauchen wir noch eine Videoschnitt-Software, die eben 3D-Medien verarbeiten kann. Und zu guter Letzt müssen wir noch spezielle Vorkehrungen treffen, damit YouTube auch beim Upload weiß, hey, das ist ein 360-Grad-Video mit dreidimensionalem Klang. Und genau diesen Ablauf werde ich in den nächsten beiden Videos Schritt für Schritt umsetzen. Ja, warum zwei Videos? Ganz einfach, im ersten Praxisvideo nutze ich ein Profi-Setup, bestehend aus dem 3D-Mikrofon Sennheiser Ambio VR Mic, in Verbindung mit dem mobilen Multitrack-Recorder Zoom F4. Diese unterstützt mittlerweile sehr sinnvolle Ambisonics-Features, die uns einfach eine Menge Umwege ersparen. Im letzten Praxisvideo nutze ich dann zur Vertonung den erschwinglichen Field Recorder Zoom H2n, der ebenfalls über Ambisonics-Funktionen verfügt und sich deshalb sehr gut für 3D-Audio eignet. Ja, in beiden Videos werden vor allem auch die Details und möglichen Anwendungen sichtbar, die ich jetzt noch umgangen bin, sage ich mal. Also Stichwörter sind hier Ambisonics A und B-Format, Google Jump etc. Das folgt alles in den nächsten Videos.